Und ein Moinzen zu einem VfB aktuell, das auch das Wort aktuell richtig verdient hat, weil es ist wirklich eine News von jetzt gerade, von vor ein paar Minütchen, die ich auch einfach es wert fand, hier direkt anzusprechen, auch gerne die Diskussion in den Kommentaren losgehen zu lassen. Laut Sky ist der FC Barcelona an Borna Sosa interessiert. Wieder so ein 2 Minuten 50 Video, einen kurzen Clip aus deren Transfer-Update von heute. Scheinbar waren am Freitag zum Dortmund-Spiel auch eine Delegation von Barcelona am Start, also im Sinne von Scouting, Kaderplanung und so weiter und so fort, sind interessiert als Jordi Alba-Ersatz. Der Kollege wird ja auch immer älter, Jordi Alba, richtig gar Linksverteidiger, aber er kommt eben auch langsam in ein Alter, wo man ihn mal ersetzen könnte perspektivisch. Sosa ist natürlich absolut begehrt. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Sosa im Sommer weg ist. Selbe Bild auch bei Mangala Kalajic, aber das ist ja nicht das Thema. Und da Barcelona nehme ich absolut als Abnahmeverein quasi, als aufnehmenden Verein. Fände ich sehr, sehr geil. Wir kennen die Gerüchte, dass Nagelsmann ein Riesenferd ist von Sosa. Da lasse ich Sosa aber hundertmal lieber zu Barcelona ziehen als zu den Bayern. Man muss natürlich sagen, es ist erstmal Nummer eins, es ist Sky, so als Quelle. Die erzählen manchmal auch ein bisschen Quatsch. Wir hatten zum Beispiel auch damals, dass Kobel sicher zur Hertha wechselt. Dann ist er doch bei uns gelandet in so einer Geschichte. Also Sky hat schon oft ein bisschen Quark erzählt auch, aber natürlich auch oft recht gehabt. Und was mich somit am meisten stutzig macht, ist, dass laut Sky Borna Sosa eine Ausstiegsklausel hat. Und das wundert mich extrem. Ich habe ja auch noch einen Artikel gefunden von 2020 irgendwann, Dezember 2020. Dass Mislintat natürlich, das ist ja auch bekannt, generell eigentlich angekündigt hat beim VfB, gibt es keine Ausstiegsklauseln in den Verträgen, die er macht. Und Sosa war da gefühlt 15 Mal verlängert, während er da war. Also das ist kein ursprünglicher Reschke-Vertrag mehr. Er wurde unter Mislintat ein paar Mal vorverlängert. Aber eigentlich macht es keinen Sinn, dass Sosa laut Sky eine Ausstiegsklausel hat. Das würde dem widersprechen, was Mislintat oder was man von Mislintat so gehört hat oder so glaubt, was seine Vertragsverhandlungen angeht. Kann natürlich auch einfach sein, dass einfach irgendwie 25 Millionen nicht unbedingt die Ausstiegsklausel sind, vielleicht sondern einfach so eine Basisablösesumme, ab der man gesprächsbereit wäre. Weil an und für sich, wenn es keine Ausstiegsklausel ist, man kann mich jetzt naiv nennen dafür, aber 25 Millionen ist nicht wenig Geld. Aber dafür, dass der Kollege, hat Sky auch eingebettet, aktuell einen Marktwert von 22 Millionen hat und noch Vertrag hat bis 30.06.2025, also noch drei Jahre Vertrag hat, da wären mir tatsächlich 25 Millionen, ja wie gesagt, ein Startangebot. Also ich fände es sehr, sehr schade, wenn es wirklich dabei wäre, dass der eben einen Ausstiegsklausel hat, wenn das sich bestätigt, dass er für 25 Millionen gehen könnte und eben auch keine Gespräche mit dem VfB nötig wären. Wir kennen es von Ausstiegsklauseln, die kann Basa zahlen, wie sie lustig sind und eben sagen, hier Sosa haben gezahlt, jetzt sprechen wir nur mit dir, VfB ist ja quasi raus. Wenn jemand gezahlt, ist vorbei, keine Chance. Deswegen wäre es schön, wenn es sich hier bewahrheitet, dass Mislintat eben keine Ausstiegsklauseln in seine Verträge reingeschrieben hat, die er mit Spielern gemacht hat, weil dann wäre natürlich auch noch ein bisschen mehr Raum zum Verhandeln, weil da ist auf jeden Fall mehr drin als 25 Millionen, würde ich sagen. Gerade, wie gesagt, noch drei Jahre Vertrag, Marktwert von 22 Millionen, da geht ein bisschen mehr, da geht schon über 30 auf jeden Fall mal in die Richtung, eher so 35 Millionen. Wie gesagt, nennt mich naiv, aber das hätte ich schon gerne bei dem Marktwert und der Vertragssituation. Aber wie gesagt, ich fände es geil, wenn er wirklich bei Barca landet, würde ich sehr, sehr fallen. Barca baut da gerade was richtig Cooles auf unter Xavi. Fände ich tausendmal geiler, als wenn er jetzt, wie gesagt, beispielsweise zu den Bayern geht. Also aufnehmen, der Verein fände ich nice. 25 Millionen, ein bisschen schade, aber ey, das wäre ein Schritt für Brunner Sosa. Über den würden wir uns, glaube ich, alle freuen. Gerücht für Ersatz ist ja schon da mit Jilmaz aus der Türkei, mal gucken, wie viel da dran ist. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wildes Gerücht. Lasst mir gerne mal eure Gedanken, eure Meinung zu dem Gerücht in den Kommentaren da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.